Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Radio Kastriert Let's Play, heute mit Super Mario 64. Bleibt dran, bis gleich! So, wie ich gerade schon angekündigt habe, werden wir uns heute mit Super Mario 64 beschäftigen. Ich denke, das ist ein Titel, mit dem ihr alle was anfangen könnt. Ich werde einfach mal ein neues Spiel starten, von vorne anfangen und mal gucken, warum einem das damals so viel Spaß gemacht hat. Ja, selber Bitch. Mein Gott, die Grafik. Das war ja damals der absolute Hammer, so eine 3D-Welt, wo man durchlaufen konnte auf dem Nintendo 64. Jetzt ist das, ja, interessant noch mal zu sehen. Oh wei, oh wei. Ja, ja, der ganze Text, das ist... Wieso? Ich wollte einen Doppeljump machen, wieso ging das nicht? Bla 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 bla. Ah, geht doch. Gehen wir mal ins Schloss. Ja, 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 alles gut. Alles gut. Dö, dö, dö. Dö, 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 dö. Oh. Jawoll Bombomb Bombomb Battlefield So und wer kriegt da keine Retro Gefühle Sehr sehr geil Kommt man hier nicht irgendwie mit dem Quatsch Ah Ja ich kenne den Weg noch Ah der Köter So machen wir mal zielstrebig hier Wow Weg von den Bomben Boah ich habe Ich habe dieses Spiel einfach geliebt Boah So wie ging denn nochmal dieser Ah ok den brauchen wir jetzt gleich Ah ne Quatsch Das ist ja gar nicht hier Hier müssen wir den werfen Ich dachte jetzt Ich habe von dem Level mit der Steinmauer gesprochen Als Endboss So Junge Mein Gott Einen ganz schönen Weg haben wir da hinter uns Ja 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 Komm her Komm Junge Komm Komm ich mach dich Ich mach dich platt Ich hau dich zu Klump Wenn ich jetzt noch mit der Steuerung klar kann Ich möchte ihn da runter werfen Ah ok Ah ok Ich meine aller guten Dinge sind drei Ok ich darf ihn nicht aus dem Ring schmeißen Das ist schade Mein Gott So Dann eben so Ach du Ist so ein erdemwerter Geschäftsmann Aus dem Nintendo Universum So Und Nummer drei Normalerweise ist dann bei Mario immer fertig Ja Unser erster Stern Ja schön dass ihr eingeschaltet habt Seid auch das nächste Mal dabei Wenn wir bei Super Mario Unseren zweiten Stern in Angriff nehmen Ciao und bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal